Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es einen Neuheitentest. Ich möchte unbedingt, unbedingt diese vier schönen Produkte mit euch zusammen austesten. Zum einen die Douglas Palette, die Caramel Nudes. Die ist mega geil. Also wenn man sie so anschaut, erinnert sie mich auf jeden Fall an Anastasia Bubbly Hills. Ich möchte einfach wissen, wie die Qualität ist. So sieht es übrigens von hinten aus. Das ist der vordere Bereich, auch einen großen Spiegel. Dann habe ich ein neues Blush. Und zwar das da. Das sieht so aus, total eigentlich schön. Eher so herbstig. Ich sehe ja auch ein bisschen komisch aus. Dann haben wir ein Contouring Powder von Catrice, aus dieser LE gewesen. Leider ist es nicht mehr zu haben. Ich hätte es auch von der Verpackung ein bisschen kleiner gehalten. Der Highlighter ist unglaublich schön. Und riesengroß. Riesengroß. Den möchte ich auch heute mit euch austesten. Und wir fangen natürlich an mit unserer Foundation. Es ist jetzt 11 Uhr. Wir gehen ins Funny World. Kennt ihr das? Da, ja, so der letzte Tag der Ferien. Dann muss meine Tochter auf jeden Fall in die Schule. Sie wird nämlich in die fünfte Klasse gehen. Und ja. Und ja, wir fangen an mit dem Primer. Da habe ich jetzt nichts Neues. Ich werde einfach dazu sagen, ob es neu ist. Das hier einmal. Das ist ja mein Primer, den ich eh aufbrauchen möchte. Ich habe auch schon Gesichtsöl benutzt, weil meine Haut ein bisschen, ja, leicht trockene Stellen entwickelt. Und man sieht auch, ich habe mich einfach zu oft in der letzten Zeit abgeschminkt. Dann wurde das richtig gereizt. Und dann habe ich so eine Wunde bekommen, die jetzt langsam abheilt. Das war alles komplett hinüber. hinüber, kann man sagen, trage ich Foundation auf. Da benutze ich gerade die 24 Stunden Made to Stay von Catrice. Ich bin nicht so der Fan von ihr. Ich finde sie zu pastös und zu, ja, irgendwie reichhaltig. Ich finde das überhaupt nicht, dass es langanhalten ist. Und mischen tue ich das aktuell hier mit der Fittimidee. Da kommt nichts mehr raus. Und die ist mir auch, die 128 ist mir einfach zu dunkel. Das merke ich immer mal wieder. Jetzt ist der Sommer so leicht wieder rum. Ich habe erst vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen. Da war der Sommer für mich. Zu dem Zeitpunkt noch da. Das war ungefähr vor drei, vier Wochen. Vielleicht auch eins, zwei Wochen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich glaube, vor drei, vier Wochen habe ich das Video gedreht. Das dauert manchmal mit dem Schneiden bei mir. Von daher, ja. Eigentlich sind wir auch schon in der siebten Woche meines Projekts angekommen. Aber, ähm, ich hatte das verplant, ein Video hochzuladen. Und von daher sind wir so ein bisschen im Verzug. Ähm, ein Video wird jetzt dann noch kommen. Und dann drehe ich erst wieder Neues. Weil sonst, ähm, drehe ich die ganze Zeit nur so vor. Und ich möchte in den Wochen sein. Dann ist halt ein Update von zwei Wochen, ne? Ich möchte mich trotzdem richten, obwohl ich so aussehe. Deswegen wird nicht so viel Farbe oder nicht so viel Schimmer dort landen. Ein bisschen sieht das aus wie häusliche Gewalt. Ja, also die Foundation, wenn man die nicht gut ausblendet, dann entstehen tatsächlich Flecken. Ich liebe die Matte & Paulist, aber wenn die Farbe einfach zum Hals nicht passt. Also zu den Schultern passt ja bei mir auch die 347. Aber zum Hals oder zum Übergang, dann sieht das echt komisch aus. Ich merke, dass ich einfach trockene Haut kriege, weil hier an den Fältchen lagert sich so ein bisschen ab. So, Concealer. Also meine dunklen Augenschatten. Ich dachte auch kurzzeitig, dass ich eine Nebenhöhlenentzündung hatte, weil es sich so angefühlt hat auf einer Seite. Aber es ist jetzt wieder perfekt, wirklich schön ab, ohne für mich too much zu sein. Und da ebnet so ein bisschen... Trockene Haut... So ein bisschen abkratzen. Ja, man sieht auch eigentlich, wir sind eine Leinwand. Und in der Kamera, also das, was ich dann sehe, ist ganz anders da, wie ich mich in real sehe, weil das irgendwie so ein bisschen dunkel ist. Keine Ahnung. Wir sind gespannt. Dann pudern wir das Ganze natürlich ab. Da benutze ich einfach mein Astor-Puder. Das habe ich neu gepresst. Das ist sehr locker gepresst, sag ich mal. Da mattiere ich einfach meine... Das ist so ultramatt. Meine T-Zone mit ab. Also Nasenbereich. Über meinen Augenbrauen drüber. Da schwitze ich nämlich auch meistens komplett durch. Unter der Nase. Das fixiert wirklich, wirklich gut. So. Dann nehme ich mein anderes Bruder hier von meinem Projekt. Da ist immer noch was drin. Ich benutze das fast jeden Tag. Jetzt gerade im Winter kann ich das jeden Tag benutzen. Und trotzdem braucht sich das so lahmarschig auf. Und jetzt, wo ich auch zu Hause bin, merke ich eigentlich, dass man eigentlich Projekte machen dürfte nur, wenn man unterwegs ist. Weil man sich da ja nur auf diese Sachen konzentriert. Ja. Also wird nicht so viel Fortschritt entstehen. Das schätze ich mal. Ich gucke gerade mal. Ich mache gerade meinen Pinsel selber. Damit ziehe ich mir jetzt die Kontur. Und zwar benutze ich das von Catrice hier. Das hat mich sehr interessiert. Wobei das nicht... Das hat so ein bisschen... Glow. Ich werde das aber großzügiger benutzen. Eben, wie gesagt, ein bisschen so als Bronzerersatz dann. Dafür finde ich es eigentlich immer ganz gut, wenn die Sachen nicht ganz so matt sind. Da hat man nämlich nicht 10.000 matte Schichten drauf. So. 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 die kontur noch mal ein bisschen aus ich mache immer mal wieder mein pinsel sauber damit nicht zu viel produkt dran kommt ja aber doch nicht hier schatz und dann benutzen wir mal dass den blush hier das ist von color pop ich habe noch nicht doch ich habe ein so cremiges produkt aber kein mattes mega pigmentiert also man sieht auch dass das richtig krüngelig wird ich hoffe ich versau damit nichts also mit ganz ganz leichter so auf jeden fall ist blush aufgetragen relativ schön also geht er so in die peach richtung würde ich sagen gar nicht so in dieses rosé wie ich mir gedacht habe ich werde das ganze aber versuchen noch mal so ein bisschen zu verblenden mit die kanten nicht ganz so hasch sind das mag ich nämlich eigentlich nicht wenn das wie so aufliegt der hat auch leichte glitzer partikel das sieht man gar nicht so ich gucke mal ob ich das überhaupt sehe ja also wenn man so ja da sieht man eigentlich ganz gut ich muss hallo und wenn ich so hin und her schwenke ganz leichte glitzer partikel ist ertragbar doch sage ich mal wenn man gut abklopft dann geht das weg dann mache ich meine augenbrauen mal immer noch mit dem catrice das ding geht niemals auf jeden fall können wir auch mit dem highlighter beginnen ich würde aber die erste puderschicht mal setten und zwar schmeckt das eklig mit catrice das ist aus so eine le gewesen der deckel ist super mega schön benutze ich auch fast jeden tag aber dann gehen wir mit dem globo produkt mal dran ich benutze selten neuheiten sage ich mal weil ich ja meine projekte am laufen habe aber es reizt mich doch einfach die ganze guckt mal wie das globo da steht auch glowing und da steht dann glowing glow also es sieht wirklich geil aus und wirklich ein duo die haben so auch da reinig ich mal mein pinsel ich habe nämlich gerade eigentlich wollte ich sie gestern waschen kam einfach nicht dazu deswegen habe ich nicht mehr so viele saubere pinsel zur verfügung irgendwas ist auch in meinem auge naja wir fangen an wo habe ich das ding hin so sieht es aus echt von der verpackung cool ich verstehe nur nicht warum das so riesengroß ist das kann man doch im leben nicht aufbauen sehr gut pigmentiert also man bekommt richtig viel pigment drauf und halleluja vergleichbar ich möchte unbedingt mal gucken ob das vergleichbar ist mit dem amrisi highlighter von anastasia bubbly hills den ich ja sehr liebe den liebe ich wirklich möchte so ein bisschen gucken vielleicht habe ich da was ähnliches ich meine es ist nicht mehr ganz so leicht an diesen ranzukommen aber sollte er so beliebt sein dass ein standard sortiment kommt ja was ich auch mir gut vorstellen kann dass viele diesen glow gerne mögen aber auch einige sagen nee das ist mir einfach zu stark es ist auch sehr sehr stark aber ich zum beispiel bevorzuge so ein glowy glück ganz ganz leicht ein lippenherz hier sonst kann das auch schnell nach bad aussehen dass das mag ich da nicht so bisschen so nasenrücken zum beispiel im sommer hätte ich den halt den hätte ich halt in frühling reingesteckt diesen highlighter 14,55 gramm halleluja dann bin ich ja nächsten dienstag noch dabei das ding zu benutzen dann gehe ich noch mal mit meinem puder pinsel drüber um einfach so das zu verschmelzen dann noch mal fixierungs zeug und in der zeit wo es einfach antrocknet benutze ich mein primer heute bin ich bin immer wieder meine basis man sieht fast schon zur hälfte aufgebraucht seht ihr das ich benutze den wirklich täglich das ist mein sommer ding wenn das aus dem sortiment geht dann kann ich mir auch nicht mehr helfen also diesen dewy look mag ich eigentlich sehr gerne wenn er dann antrocknet mag ich das wenn es wirklich so schön ja wenn es einfach schön da drauf ist wir benutzen auch gleich den kajal noch habe ich nicht vergessen ich benutze oftmals einen trockenen schwamm um die basis einzuarbeiten ich finde das funktioniert ein bisschen besser als mit dem nassen also wir lassen uns jetzt nicht irritieren wegen dem wegen dem aua da das bleibt wie es ist so lebe ich auch tagsüber damit ist halt einfach so jetzt wo die wunde zu ist kann ich mich auch endlich wieder schminken vorher war sie noch offen und das hat mich sehr beeinträchtigt in meinen alltag ja so dann fangen wir an mit der palette oder fangen wir an ich benutze den kajalstift von bh cosmetics das ist ein power pencil ich muss sagen nicht ganz so power ist es nicht ganz so ich bin mal gespannt ich habe den jetzt vor kurzem mal angesprüht und bin wirklich sehr gespannt ich habe das mit dem wonder pencil gemacht weil ich den wonder pencil von nix furchtbar fand der war sehr hart bei manchen hat er wirklich gut funktioniert ich glaube meiner war vielleicht ein bisschen zu alt ich weiß es nicht keine ahnung wenn man die dinge halt nicht aufbraucht dann oder er ist so oder andere kommen einfach besser dazu da damit klar die palette ist wirklich ein träumchen wenn man so schaut es sieht wirklich ganz ganz toll aus ich liebe nude paletten ich könnte mich stundenlang damit beschäftigen wir benutzen den allerhellsten ton der ist auch matt das ist so ein creme beige würde ich sagen ein wunderschöner übergangston sagen wir es mal so wie es ist und wir gehen ein übergang also ich muss das noch ein bisschen lernen nicht im aus dem bilde zu verschwinden sie ist relativ putrig aber es geht noch es gibt schlimmeres sag ich mal im leben so dann nehme ich einen etwas kleineren der ist ein bisschen spitzer gebunden und nehme hier diesen karamellton den hier an welche palette erinnert mich das ich weiß es nicht keine ahnung ich kann es euch gerade nicht sagen ich wollte sie ja eigentlich nicht haben aber als ich sie dann im live gesehen habe fand ich sie so so schön dass ich sie auf jeden fall testen möchte und habe ich wirklich sie dann aussortiere oder nicht das kriegt ihr ja eh mit ich mache ja meine die glattereien immer mal wieder ist ich sammle halt was was ich aussortiere letztes mal habe ich auch vier nagellacke oder fünf aussortiert die sammle ich dann in so einem körbchen und stelle euch die dann vor ich bin jetzt schon 17 minuten dabei dieses video zu machen wir gehen ein bisschen dunkler und zwar habe ich hier so einen wunderschönen kleinen pinsel den würde ich mir tatsächlich noch mal zweimal kaufen das ist die m514 weil sie optimal ist zum verblenden man kann aber auch unten arbeiten sie ist aber nicht ganz so klein von daher perfekt die palette ist sehr krümelig stört mich persönlich nicht weil ich kann ja es wegpusten ich benutze den dunkelsten ton das ist ein wunderschönes dunkelbraun ne es ist es sieht fast aus wie ein schwarz ist glaube ich aber ein dunkelbraun ja es ist auf jeden fall ein dunkelbraun ich finde oftmals schwarz wirkt halt einfach so hart oder ist das ein schwarz ne es ist ein dunkelbraun ich war mir jetzt dreimal unsicher schaut mal ist aber ein dunkelbraun und gut pigmentiert ich finde nur irgendwie kommen sie nicht so richtig auf dem Lid hier sind wenigstens die trockenen Stellen wieder futsch dass ich also mit dem rasierer das zu machen ist immer schwierig ich weiß nur nicht ob das an dem rasierer lag oder tatsächlich am am zupfen dass die haare da so eingewachsen sind ein bisschen fliegt hier rum aber super super wenig dann benutze ich nochmal diese bronze please farbe die habe ich noch gar nicht benutzt weil ich gesagt habe gerade eben nochmal damit über mache ich den übergang hier nochmal dass es einfach noch zusammen passender ist und kaum kaum sichtbar dann nehme ich ein pinsel den würde ich mir auch zweimal nochmal nachkaufen das ist der 232 looks classic shader den ich richtig richtig gut finde für pigmentierte geschichten also schimmernde geschichten und dann trage ich mir diesen ton hier auf das ist so ein richtig schöner bronzi ton ich hoffe ihr erkennt das der nimmt gut produkt auf schaut mal wie schön das bitte ist vielleicht kommt die ganze geschichte einfach vom ansprühen ja also wenn man zu viel dann zeug drauf sprüht dass das lied dann so ein bisschen gereizt ist ich versuche jetzt immer nur einmal dran zu sprühen und dann wirklich nicht so viel zeug auf dem auge auf dem lied zu haben einfach damit ich nichts mehr überreizen kann denn eine woche lang nicht schminken war für mich ein bisschen gammel gammel woche irgendwie hatte ich mich genauso gefühlt wie ich aussah beschissen so dann benutze ich einfach ein ja ein stinknormalen pinsel und tue einfach den übergang hier nochmal verbessern guck was ich hier so wegblenden kann wir können natürlich den kajal auch nochmal auf der wasserlinie austesten ich denke das ist sinnvoll das einfach auszutesten ich bin es einfach nicht gewohnt er malt gut er malt wirklich sehr power mäßig aber es hält irgendwie nicht so es ist jetzt nicht so wie sogar essence war besser ja dann benutze ich das hier das ist mein liquid liner achso ich habe vergessen mir noch ein highlight in den inwinkel zu setzen und zwar gibt es eine helle schimmernde farbe und zwar golden light golden light ja das ist diese das ist auch die einzige die so ein bisschen heller ist und die setze ich mir einfach in den inwinkel sie ist mir zu goldig eigentlich also zu dunkel um in den inwinkel zu setzen deswegen tue ich ein bisschen hier mit noch arbeiten das mag ich nämlich auch total das mir in den inwinkel zu setzen das ist von color pop ich ziehe mir jetzt noch einen lindstrich und dann hole ich euch nochmal dazu und mache meine wimpern und dann sind wir fertig ich liebe ihn noch so eine schicht mit der deluxe lr mascara ein wirklich tolles ergebnis muss ich sagen also ich kann jetzt gerne noch ein zweites mal drüber um zu gucken was dann noch passiert sie sind wirklich mega also ich mag die mascara wirklich sehr gerne früher waren die mascaras auch wirklich eher so bebig ich hatte immer gute ergebnisse mit mascara erzielt heutzutage finde ich das gar nicht so die sind eher hier sind 10 ml drin also 10 ml aufzubrauchen wird schwierig sein bevor sie eintrocknen aber so an sich ich muss sagen ich bin wirklich von dem ergebnis beeindruckt also ich hoffe ihr seht das also es hat sich echt gelohnt das auszutesten vielen vielen dank nochmal jennifer tolles teilchen mag ich super gerne ihr seht das ja anhand meiner ergebnisse so kommen wir zu den lippen ich habe da so eine kombi die ich gerne austesten möchte und zwar den nix ombre lip duo so lippen duo ich habe jetzt mal nikolai bringst du mir den deckel bitte mit ja den habe ich gerade verloren lippen duo in ombre lip duo ja genau dankeschön und den deckel danke in der farbe 04 ich benutze auch die dickere seite den würde ich gerne aufbrauchen ich mag den wirklich gerne den habe ich von der nikki bekommen so ein bisschen irgendwie ist das wie eine matte cream mit ein bisschen gloss keine ahnung unbeschreiblich echt eigentlich ein cooles teil benutze ich eigentlich von der farbe her wirklich selten weil es eher so in die braune richtung geht aber wenn ich ein lipliner darunter trage oder ein lippenstift der so ein bisschen bräunlich ist oder rosé eher so in die rosé richtung geht aber mit einem bräunlichen touch dann mag ich ihn unheimlich gerne ich hoffe ihr seid genauso begeistert von der palette und von dem gesamtergebnis wie ich ich feiere alle produkte ich kann mich nicht beklagen dass etwas hässlich aussieht oder unschön oder irgendwie sowas die palette werde ich auf jeden fall auf herz und nieren testen vielleicht mache ich auch eine meine schminkbox fängt definitiv demnächst an ich möchte vieles ich werde mir immer nur eine palette mit reinnehmen die ich dann eine woche lang teste und dann wieder eine neue palette oder halt eben wenn es nur schimmernde ist ist ja klar dass ich irgendwas nudiges brauche und ich muss sagen ich bin ja somit wünsche ich euch einen wunderschönen tag wir sehen uns das nächste mal wieder und ja habt eine schöne zeit ciao